Was geht ab YouTube? Eine Sekunde, ich muss ein bisschen reinzoomen. Ich mach unten. Ne, ne, warte. Ja. Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Autofokus ist auch drin, sorry. Was geht ab YouTube? Der Arm ist schon wieder gewachsen. Was geht ab YouTube? Abgestaltete Jungs, jetzt ist es mein Gang. Was geht ab YouTube? Hab mir gleich mal raus umgepackt. Was geht ab YouTube? Sind das Marshmallows? Ach so. Ach so. Sorry. Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine geile Challenge. Und zwar mit diesen Marshmallows. Jeder kennt's. Zwei Dumme. Ein Gedanke. Sogar noch mit zwei Ehrengästen. Case Freak und Krappi. Hi. Ja. Lass mal zur Frage. Ich bin endlich auf seinem Kanal. Ja bitte. Was meinst du mit Ehrengästen? Der meinte dich für mich. Ach so. Ach so. Ey Leute. 3, 2, 1. CUSEMBER. Sascha, hast du die Zeit für mich? Die Zeit läuft ab jetzt. Zwei Dumme. Ein Gedanke. Irgendjemand hinter der Kamera fragt mich und Spendi nach einer Farbe. Wenn wir gleichzeitig blau antworten. Schnapp. Kein Marshmallows schieben. Ich denk mal an alle die es noch nicht verstanden haben. Machen wir eine Proberunde? Ne Proberunde ja. Ein Mädchennamen mit A. 3, 2, 1. Anna. Spendi. Dankeschön. Sind sie bereit für das unglaubliche erste Duo? Bitte begrüßen sie zusammen mit mir. Team... Rufless. Eine Bundesligamannschaft. 3, 2, 1. Vorfisch Stuttgart. So, ganz easy. Eine Schumacke in 3, 2, 1. Nein. Easy. Wunder, wir sind gut, Alter. Eine Augenfarbe in 3, 2, 1. Sau. Nein. Scheiße, Alter. Ich kann das nicht. Ein Schulfach. 3, 2, 1. Mathe. Eine Haarfarbe in 3, 2, 1. Schwarz. Da habe ich Schwarz gesagt. Ich habe braun und schwarz gemischt. Bratz. Oder... Eine Schuhgröße in 3, 2, 1. 41. Hahahaha. 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 Oh, mein Zahn tut schon wieder weh. Eine Hauptstadt in 3, 2, 1. Herr Berlin. Das ist die einzige Hauptstadt, die ich kann jucken. Hahahaha. Okay. Das Beste ist, ich wollte schon fast Stuttgart sagen, Alter. Oh, mein Gott. Ab welcher Schuhgröße wird es bei einer Frau kritisch? In 3, 2, 1. 40. Schuhgröße 40. Sorry, you're dismissed. Hahahaha. 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 Ein YouTuber in 3, 2, 1. Krapi. Hahahaha. 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 Ein Schauspieler in 3, 2, 1. Hahahaha. 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 Wer bringt zur Zeit die schlechtesten Videos auf YouTube? 3, 2, 1. Hahahaha. Hahahaha. Digga, webelst du hier ficken? Hahahaha. 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 Ein Rapper in 3, 2, 1. Hahahaha. 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 Schwendi, kurz gleich. Hey, geh um an die Tüte schauen. Ja, ja. Hahahaha. Ja, ihr seid schon. Eine Frucht in 3, 2, 1. Hahahaha. Ohf, ohf, ohf. Ohf. Ohf, 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 ohf. Was kommt bei dir da hin raus. Ey, warte noch spinni, kannst du noch reden? Spendi, wie geht's dir? Hm? Hm? Hahahaha. Kann ich nicht verstehen, Digger. Peter, kannst du noch reden? Ganz einfach. Ein Raum zu Hause in 3, 2, 1... Wohnzimmer! Er sagt Zimmer? Mhm. Ja, weiß ich immer. Alles easy. Spendig, wo bist du? Im Zimmer! Warte mal, ich muss echt checken, ob dein Partner noch weiter spielen kann, Peter. Mein Partner ist halt ein Schwasti. Team Roofless scheint mir grad irgendwie spendig. Warum? Was? Warum? Oh mein Gott! Ey, alle fünf Episoden gibt der immer als erstes auf. Machen Sie sich bereit für ein Team des absoluten Versagens. Es wird Zeit für TEAM! Yeah! Mann, der Herr noch! B Zach, B Zach, B Zach! Nee, was ist das? Ne Tankstellenmarke in 3, 2, 1... Stell... Bp, bei uns in Österreich heißt die Bp. Eine Uhrenmarke, 3, 2, 1, Rolex. Dann hätte ich jetzt von euch gerne eine Fitnessmarke in 3, 2, 1. Gym Shark. Ja gut, schnell. Was weiß ich? Fuck. Kenn ich gar nicht. Du bist ja du im Vertrag. Er kennt keine. Einen YouTuber, der keine Millionen Abonnenten hat in 3, 2, 1. Michael Papi. Fuck, ich hätte das auch gemacht. Was spät. Dafür hätte ich jetzt gerne einen YouTuber mit 3 Millionen Abonnenten oder mehr. 3, 2, 1. Schwiebel. Wen hast du gesagt? Schwiebel. Schwiebel. Rappi, kannst du doch reden? Ja. Was? Ja. Du? Mhm. Einen Softgetränk. 3, 2, 1. Hunter. Was hast du gesagt jetzt? Cook. Cook. Der wäre eigentlich auch Cook gewesen, ja. Cooler wäre auch cool gewesen. Scheiße. Sorry. Jungs, ein Kleidungsstück in 3, 2, 1. Rollo. Mach schon. Was warst du? Pussy. Einen Ton vergessen. Alter, ist Krabi abgeschissen. Oh, Krabi hat aufgegeben. Wie jetzt? Hä? Nooo. Timo und Ernst wahrscheinlich. Alter, Timo und Ernst. Alter, Krabi hast du gekotzt? Boah, ich hab so hart gekotzt, Alter. Willst du gucken? Er kotzt leider. Doch, ich hab so hart gekotzt. Boah, ich hab so hart gekotzt. Meine Damen und Herren, in wenigen Sekunden sehen Sie zwei richtig krasse Eierköpfe. Aber es ist nicht so schlimm und zwar darf ich Sie wirklich ganz ganz herzlich und ganz ganz gechillt begrüssen. Für Sie... TU... Soniii... Die Scheiße! Tu mir bitte eingefallen, wenn wir schon dasselbe Shirt anhaben, lass uns bitte immer das gleiche sagen. Denk so simpel wie möglich. Okay, du bitte auch. Ich bin ready. Eine Hunderasse in 3, 2, 1... Wache, da ist ein Martina. Ja, der ist drin. Eine Zahl zwischen 1 und 10 in 3, 2, 1... 1! Nummer 1, Mann! Denk so simpel wie möglich. Okay, du bitte auch. Ja. Ja, nein! Eine Sportart in 3, 2, 1... Fitness! Fitness! Digga, was ist los bei dir, Mann? Was? Digga, Fitness liegt auf jeder daheim. Jeder hat einen angucken mit Peter, sein Video mit Marshmallows zuhause. Alle gerade in Letter oder PC reingeschrieben. Fußball! Ja! 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 Eine App in 3, 2, 1... What's that? Eine App! Eine App! Eine App! Alles klar! App Store wahrscheinlich, oder, Digo? Jetzt geht's los! Ich stand gerade auf der Leitung. Oh! Jungs, wie war das vorher, dass wir ein schlechtes Team sind? Wie viel habt ihr bis jetzt richtig... Achso! Null! Ein Tier mit 4 Beinen in 3, 2, 1... Hund! Ein US-amerikanischer Sänger! 3, 2, 1... Justin Bieber! Ja, gut, ich wollte Donald Trump sagen. Lass mal gucken, wo du Platz hast. Ich seh da nichts von, ehrlich gesagt. Oh Gott, ich kenn das niemals. Ein Shisha-Tabak in 3, 2, 1... Hasso! Tschiiiisch! Was ist denn los von dir, Digga? Was ist denn los? Ja! Ja! Warum sagst du noch nicht? Ich hab gedacht, taube Münster oder so. Das hat mich sehr mitgenommen. Der ist riesig groß. Sascha? Ja? Kannst du noch gut sprechen? Ich bin dir ganz ehrlich. Ja? Ich bin gerade am Anfang jetzt noch meine Kajun. Nice! Nico, wie sieht's bei dir aus? Gut. Echt? Ja. Kannst du gut sprechen? Was für ein Auto fährst du? C63. 0 auf 100? Ja. 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 Er kann gut sprechen. Scheiße. Eine Stadt außerhalb Deutschlands. 3, 2, 1... Was? Oh Gott! Warum denn? Ich frage sie, ich frage sie, ich frage sie, ich frage sie. Digga, ich hab erst die hier runtergerutscht. Ah ne, ich hab nur noch einen Kinkopf. Äh. Eine BH Größe in 3, 2, 1, 4. Oh Gott! Ahahahah. Da kennt sich Sascha was, oder? 32 hab ich ja auch. Ahahahah. 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 Guck mal, lass mal. Ahahahah. Ahahahah. Kannst du noch reden dazu? Den Kopf ist so aus. Kannst du noch was sagen? Ahahahah. Kannst du noch was sagen? Ahahahah. Kannst du noch was sagen? Ahahahah. Es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Die haben auch in diesem Moment jetzt gerade ein Video hochgeladen. CRUZEMBA! Kommt alle rein! Kommt alle rein! Kommt alle rein! CRUZEMBA! 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 Also Leute haut rein. Den Wert nicht vergessen. Kommentieren nicht vergessen. Alle Kanäle sind unten verlinkt. Bei Peter ist gerade ein Video online gekommen. Das was ihr gerade geschauen habt. Bei Lazzo, bei Spenny, bei mir, bei Käse und Krabi sicherlich nicht. Weil die Jungs haben so gut wie nie was hochgeladen. Wir sehen uns morgen, Mann! Ciao!